Doña Rosalie, tu seras mi estrella per vida. Doña Rosalie seras... Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Anke Obermeier, Salsa-WM-Teilnehmerin und Gründerin der Salsa mi Passion Dance Company. Heute kriegst du mal ein bisschen einen Einblick in meine Salsa-Klasse. Und ich würde sagen, komm einfach gleich mit. Doña Rosalie, la estrella perdida. Doña Rosalie, amor de mi vida. Doña Rosalie, la estrella perdida. Doña Rosalie, amor de mi vida. Und Schlusspose. Jawohl, sehr gut. Schnapp dir einen Partner, eine Partnerin. Da hätten wir noch einen Herrn. Ja, hier gibt es immer mehr Männer als Frauen. Und das ist super. Fünf, sechs, sieben Crossbody. Eins, zwei, drei, fünf, sechs und sieben. Du schnappst dir gleich die zweite Hand, der Dame. Eins, zwei, drei und fünf, sechs und sieben. Das schaut jetzt relativ einfach aus, aber da gibt es ein paar Tricks. Ja, die Anke hat eine super genau exakte Vorgehensweise. Die Figuren, die man da lernt, besitzen. Die Dame, die Stylen und Herrn Walter. Doña Rosalie, Doña Rosalie, amor de mi vida. Doña Rosalie, la estrella perdida. Doña Rosalie, amor de mi vida. Doña Rosalie, la estrella perdida. Doña Rosalie, amor de mi vida. Doña Rosalie, la estrella perdida. Doña Rosalie, amor de mi vida. Also bei der Anke macht das Tanzen besonders Spass. Anke, wir sagen für diese Stunde Danke. Eins, zwei, 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 drei. Doña Rosalie, amor de mi vida. Doña Rosalie, yo recuerdo al instante aquel hermoso día. Doña Rosalie, Rosalie de mi vida. Doña Rosalie. Doña Rosalie, el secreto de mi vida. Doña Rosalie, tu siempre serás mi estrella perdida. Doña Rosalie, amor eterno para ti. Doña Rosalie, 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 do